Herrgott, man kann ja mal was vergessen. Ja, aber nicht einen Eierlöffel. Mir ist eben justament klar geworden, Menti, dass wir ein sehr seriöses Kabarett-Duo sind und wir sollten uns nicht auf das Niveau herablassen. Wessen Niveau? Auf das Niveau der Leute. Du, Erik, die sind total nett. Ja, nett. Lieb. Schöne Menschen. Na ja, schöne Menschen. Na ja. Sie trägt ein langes, schönes Haar, das riechte wunderbar. Nur was man nicht sieht, sie hat ein Glied. An dieser Stelle sollte hier jetzt eigentlich eine frivole Strip-Nummer folgen, aber aus Altersgründen leider nicht mehr machbar. Oh, meine schöne Zuckerpuppe, du Gärsche-schöne Sternenschnuppe. Und außerdem hier hast du mir am 14. Februar den Beischlaf verweigert. Obwohl ich dir drei Wochen vorher ordnungsgemäß angemeldet hatte. Was ist das? Eines Tages kriegt der einen Schlag und fliegt um. Du, eins sag ich gleich. Also ich kann nicht pflegen. Ich hab den Garten. Ja, wirklich. Ganz... Was ist denn das? Na mein Knüttel. Damit's kamelensteif im Hals hat und schön hoch steht. Hast du doch bei dir auch drinnen. Bei dir hält das alles von alleine, oder was?